Äh, jau, oh man, ihr sehen könnt, seht ihr nichts, außer dass der Hintergrund anders ist. Huh, ich hab jetzt, ich bin irgendwie, es war vorhin, als ich aufgenommen hab, war es so 16 Uhr oder so. Und, ähm, ja, jetzt, ich bin halt einfach, äh, ich bin halt einfach eingeschlafen und jetzt ist es halt 12, äh, 0 Uhr, ja, ja. Hey, hast du mal eine Minute? Was möchte er denn, der Gon? Oh yeah, ich hab gegen die Mafia gekämpft und war sogar in einer Videospielwelt. Die Welt ist riesig, es gibt so viele verschiedene Ordner und Leute. Versteh mich nicht falsch, ich freu mich nicht darüber, dass die Welt in Gefahr ist. Aber ich freu mich darüber, dass ich so viele Welten besuchen kann, die ich vorher noch nie gesehen hab. Also hör zu, du musst mir einen Gefallen tun. Ich will unbedingt sehen, wie die Schlösser an einem, äh, Ort aussehen, der sich Japan nennt. Könntest du mich dorthin bringen? Wow, wunderschön, lass uns näher herangehen. Aber vorher? Wir müssen sicherstellen, dass diese gruseligen Velums es nicht verderben. Schnappen die sie uns? Schnappen die sie uns? Das war's für heute. Das war's für heute. Die hauen schon rein. Das war's für heute. Okay. Okay, gehen wir zurück. Danke, Aska. So, ich muss auch bald mein Head-Sattel laden. Das war's die ganze Zeit an. Ich hab's auch gehört. Nur kurz meine Nase noch geputzt. Ich geh nach da drüben. Das dauert wahrscheinlich länger, wenn ich jetzt da außen rumlaufe. Und dann mach ich da noch eine Mission. Könnte ich auch machen. Oh, ups. Eine freie Mission. Level Training. 2. Die Suche nach Gold. Und dann mach ich noch mal mit. Die kann auch meine Leben wiederherstellen. Und dann mach ich noch mal mit. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, bringt mir nicht so viel Leben. Das war's für heute. Alter, wie stark. Ballern da schon richtig rein. Oh, okay. 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 oh danke ich meine das konnte ich durchziehen danke ah fuck das brauche ich nicht noch mal versuchen nicht so einfach ich weiß nicht bei wenig überzeugt vom spiel war ich überzeugt aber ich weiß nicht momentan gefällt mir jumpfort ist auch nicht so gut vielleicht ist aber ein lack of skill ich weiß es nicht weil ich mir ein bisschen anders vorgestellt habe auch mit dem missionen jetzt aber na gut mal sehen vielleicht ändert sich ja noch was du bist ein neuer rekrut sein du musst ein neuer rekrut sein leid jagami bin san goku gut dass du da bist ist mir eine ehre hier sein ist mir eine ehre hier sein zu dürfen der direktor hat mir schon viele viel von dir erzählt er sagte du würdest über beachtliche kräfte verfügen ist ja wirklich stark leid ich habe gehört in der welt aus der du kommst soll es einen unglaublichen schatz geben der einem alle wünsche erfüllt du meinst die dragon balls tja wenn du alle sieben aufspüren kannst erscheint ein drache namens shenlong der dir einen wunsch erfüllt soll eine magie existiert solche eine magie existiert also wirklich du solltest dir mal selbst zuhören wo sind diese dragon balls jetzt weiter nachdem alle welten verbunden wurden habe ich sie völlig aus den augen verloren ich habe keinen blassen schimmer eigentlich rate hatte ich vorstellen sie bitten alles wieder so werden zu lassen wie ihr wie es war aber es scheint nicht mal mehr auf dem aber sie erscheint nicht immer mehr auf dem drachen radar verstehe hast du denn einen wunsch den der in erfüllung gehen soll mehr oder weniger er würde einen freien wunsch stehen dann ablehnen ich wette du kannst es kaum erwarten deinen defno zurückzukriegen seid ich strebe nach macht macht wenn das alles ist musst du doch nicht shenlong fragen dann lass mich dich trainieren mir wäre das ein vergnügen schon in ordnung im gegensatz zum rest von euch verfüge ich nicht über überwenschliche kräfte befürchte ich alles klar wenn du deine meinung änderst lass es mich einfach wissen danke goku man sieht sich später ich sagte auch die teilweise vertont aber sie sind sie halt nicht also die so der böserwicht dude es gibt eine neue mission schlüsselmission aufklärung hongkong aufklärung san francisco ach so ich bin schon drin ok ich nehme wieder boom mit den boom man und ich nehme Zotaro mit das ist von du 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 Das war's für heute. es wird zu verschulden dass ich hier dass ich unbedingt meine fähigkeit durchballern wollte ich glaube range fähigkeiten sind an dem punkt einfach besser wenn man die nahkampfsachen denn die müssen ja erstmal treffen oder zumindest die bei denen man auf den gegner zu charge dann ist das wenigstens in ordnung die freie schlüsselmission aufklärung hongkong gangster da muss ich noch gucken was ich dann noch machen kann wenigstens ach komm ich nehme mal mit und ich finde noch jemand anders mitnehmen ich habe ja nicht so viele leute dabei der suche war ich interessant zu kämpfen mit aber wie sind meine steps 100 100 100 ok wo hat mehr gesundheit und auch mehr angriff ich gehe dir nehmen wir einfach mit ich gehe nicht ich gehe nicht ich gehe nicht ich gehe nicht Das war's für heute. ich bin ja so schlecht um solche attacken zu teilen das könnte aber auch sein Oh wieder ein Alarm Wenn ihr das Wettbewerb in einem neuen Verlangen, dann ist das ein Mann, der Vennomsin oder der Zeug. Das ist ein Mann, der sich bei einem Mann verabschiedet hat. Ich bin doch mal! Ich bin doch hier drin. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, eine Explosion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, fuck. Oh, fuck. 140 Treffer. 14. Okay. 14. 15. 16. 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 17. 17. 18. 18. 17. 18. 18. Oh, zwei. Okay. hier wenn du schmettern oder schweres Untertitelung im Auftrag des WDR Oh 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 ich weiß nicht der wahre turu und jetzt nochmals Fuck. Fuck. Komm, mach ich nochmal neu. Ich denke, ich bin wir jetzt. Und wieder in die Neue. Jetzt gehen wir jetzt. Ich bin jetzt ein eine Schlepp. Ich bin jetzt ein Schlepp, aber ich bin ein Schlepp. Ich bin immer wieder hin, ich bin ein Schlepp. Ich bin schon nach... So zusammen. Ich bin schon nach... Oh, das klingt auch so gut. Oh, das klingt so gut. Oh, noch mal. Oh, Gott. Okay, jetzt ist es nur einer. Oh, das klingt so gut. Oh, das klingt so gut. Oh, das klingt so gut. Das ist die Kraft für jemanden. 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 Es ist auch nicht so sein, was sie? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh wow, jetzt müssen wir mal gegen den bösen Gara kämpfen. Yara ist halt jetzt nicht so stark. Und mich hat jetzt nicht seine ulti getroffen hätte. Und wir sind in der United States. State of Smash. Das war's. Warum ist dieser Roboter eigentlich aus wie ein Affe? Das war's. 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 Es ist ein Film von der Kain, der Kain, der Kain hat. Es ist nicht klar, aber es ist nicht sicher, dass er die Kraft zu tun ist. Gawra hat auch die Kraft zu tun, die Kain in der Cosmik-Cube verletzten. Aber sie haben die Toghler-Repuliker, die Toghler-Repuliker in der Krieg gegründet haben. Es ist auch, dass sie diese Kain verletzten. Die Toghler-Repuliker, die Toghler-Repuliker haben. Okay.